Mit seiner rohen, unerschrockenen Ehrlichkeit ist »Spare« eine bahnbrechende Veröffentlichung voller intimer Einblicke, Enthüllungen, Selbstreflexion und der hart erkämpften Erkenntnis, dass die ewige Macht der Liebe über die Trauer siegt, heißt es in der Beschreibung des Buches. Da dürften bei den Royals natürlich die Alarmglocken schrillen. Laut Verlag soll der Leser unmittelbar in eine der erschütterndsten Szenen des 20. Jahrhunderts zurückversetzt werden. Zwei kleine Jungen, zwei Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter hergehen, während die Welt voller Trauer und Entsetzen zusieht. Als Diana, die Prinzessin von Wales, zu Grabe getragen wurde, fragten sich Milliarden von Menschen, was die Prinzen wohl denken und fühlen würden, und wie sich ihr Leben von diesem Zeitpunkt an entwickeln würde. Für Harry ist dies endlich seine Geschichte, preist »Penguin random house«, Prinz Harrys Buch vollmundig an. Russell Myers, königliche Redakteur beim »Mirror«, schwarnt Schlimmes. Royal Insider hätten ihm zugetragen, dass Harrys Enthüllungen ein »erneuter konfrontativer Angriff auf die königliche Familie« ist, nachdem diese den Wunsch nach Privatsphäre geäußert hatte. Russell Myers ist sich sicher. Die Anwälte des Palastes werden im neuen Jahr in Alarmbereitschaft sein und genau prüfen, was in dem Buch steht. Sein bitteres Fazit, unabhängig vom Inhalt, der schon angesichts des Titels »Zweifelzone brisant« sein wird, wird es kaum eine Chance geben, dass das Buch eine Wiederannäherung mit Harry und Meghan fördert. Tatsächlich hatte bereits Harrys Titelwahl für Aufregung gesorgt. »Spare«, soll eine Anspielung auf den Ausdruck »Wir er entspare«, in etwa, »der Erbe und sein Ersatz«, »sein«, mit dem Harry und sein älterer Bruder Prinz William aufgrund ihrer Stellung in der Thronfolge bezeichnet wurden.